weiter geht's ich glaube ich ja nur leben das ist nicht weiter verwunderlich na dann ich muss jetzt erst mal auf klar kommt dass das hinter mir liegt hallo ich kann mich jetzt erst mal nichts mehr schocken nachdem das da gerade gewesen ist nämlich dass wir danken dann das ist noch nicht so schlimm ja ja schmeißt mich bitte doppelt und dreifach runter auch nicht mehr unbedingt jetzt habe ich weiter hier was 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 ist gerade hier habe ich auch ganz mein zeug der weiter mit ganz mann oder nicht jetzt falsch informiert ja schlecht ich habe keinen ganzen mal einfach einfach wandern und hoffen das war ja auch gerade wieder hier eine meisterleistung also eigentlich wäre es das ja gewesen schon natürlich cool ohne jetzt getroffen zu werden zu kappen warum kommt denn hier noch mal überhaupt das war nicht wenn er rüber springt komm jetzt hier junge jetzt lässt es aber noch mal warten ja 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 das schiebe ich noch mal geht wahrscheinlich noch weiter die stage ja ich würde das gerne treffen kann ich nicht so leicht war was brauche ich jetzt mache ich jetzt hier alle hintereinander oder was ach du scheiße ich meine die waren an sich nicht schwer aber trotzdem ich weiß nicht richtig runter falls verwundern sollte ich jetzt gerade runtergefallen wird ich kann es mir gerade leisten jetzt bin ich frohen mut ist auch wenn das nicht gerade klingt jetzt alle boss noch mal daran zu machen aber sowas gab es öfter schon ernsthaft das macht spaß geil ich hätte gerade schneller als in der stunde 20 zusammen oder wie das ist eben jetzt kaputt ich werde runterfallen weil das ist ja egal das ist neuer party court ich meine das ist ganz wenn war aber das kann doch gar nicht sein weil ich gar nichts habe gegen dann muss ich kann man leider so probieren oder wie nee nee jetzt bin ich gesprungen jetzt bin ich wirklich gesprungen und dadurch gedrückt das meine ich jetzt das kann nicht sein das ist das passiert hier gerade was passiert hier gerade was passiert hier gerade was passiert hier gerade geil loman ich weiß wieder runter weil es wieder mein gutes Leben ist ist das lustig wie wir hier eine zeit verschwenden ultimative zeitverschwendung gerade ich kann sie besser fangen ich werde das extra so jedes bild es wollen lassen ich bin ich nur hier unter schmeißen ständig man hallo hey hallo ich konnte ja ich konnte ja ich kann jetzt zu lebt ich bin noch nicht richtig sauer aber ich bin ein bisschen schockiert gerade die ganze zeit über eine stunde lang reg ich mich nicht auf und yellow devil versuche das muster irgendwie ist passiert das gerade wirklich passiert das gerade wirklich ich frage das jetzt ganz offen passiert das gerade wirklich dass ich hier ständig am an jetzt ist schluss jetzt ist schluss aber jetzt ist schluss ich habe gerade meinen drehstuhl nach hinten weg gekippt ich habe gerade meinen drehstuhl einfach mal weggeschossen etwas ist denn hier kaputt bitte ich muss jetzt mal eine andere waffe aus oder m oder irgendwann aber ich brauche die waffen für die gegner ich brauche die waffen für die gegner und m kann ich nicht benutzen weiter nicht schießen kann ich muss die gegner besiegen und zwar irgendwie an der kante irgendwie an der kante er oder das ist doch bekloppt da habe ich noch keinen schaden genommen machen abflug junge junge was war das denn jetzt kann noch nicht angehen das ist ganz schlecht das gefällt mir gar nicht was die gerade auf mich zukommt bei dieser stage jetzt muss ich gucken wie ich das ding wegkriege eigentlich mit elektronisches geschickt mache ja also so bekomme ich nur nicht zu viel energie bitte nur nicht zu viel energie bekommen dankeschön für so viel energie moment mal ich mache gerade alle gegen elektronik merkt man dass ich total dumm bin von all dem scheiß hier am anfang passiert der anfang der anfang macht mich irre der anfang hier macht mich irre von dieser stage ich habe gerade die waffen vertauscht ich benutze gerade die waffen vom boss gegen die boss selbst so warum kann es nicht gleich so laufen dass ich hier hinkomme jetzt nicht aber wirklich wissen habe ich die falsche waffe hier gibt es so nö das macht gar nichts das macht ein bisschen was was war es nicht und er war der eiserlich gerade die benutzt die waffe nur die tue ja organisch ja und ganz man kann es vergessen weil ganz man sie ist nichts zum schmeißen ich meine nicht dunkel zu ändern das ganz wenn die waffen gegen ihn war oder nicht oder war es doch elektro ich bin jetzt komplett raus man entschuldigung die elektro war ja gegen eis man elektro war gegen eis man habe ich jetzt nur leben ich habe nur leben also schluss jetzt glaube ich ja wohl gar nicht das eigentlich ist das wesentlich leichter als die jene doppel aber ich stelle mich an wie so ein tee beutel dass ich ich kann nicht mehr lustige vergleiche ziehen weil ich kann einfach nur noch durch bin damit die das zeichen nach dem was mir vorher angetan wurde mit ich habe keine lust mehr ich habe keine lust mehr ich habe keine lust mehr ich habe keinen bock mehr ich habe absolut keinen bock mehr leute von diesem scheiße gerade umgebracht zu werden anfangen es kommt zu viele gegner es sind zu viele gegner es sind einfach zu viele gegner hier am anfang was soll das was soll dieser scheiß bitte auch dass wir nicht schneiden wenn es so lange dauert na klar ich habe mir zwar gedacht ich schneide wir wissen mega man teilt sich und zeigt alles eiskalt aber das geht gar nicht das zieht sich ewig so ekelhaft was mache ich da aber rutschig so selbst noch nach rüber hat ja das schmeißt jetzt natürlich nicht runter alles in den tod weißt du die links energie stürzt sich in den tod ok jetzt aber kann man jetzt hat man jetzt habe ich es auch immer im kopf hatte bis ja 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 ich habe ich jetzt keinen schaden genommen so wie geht's oh 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 wow kommen die wieder hoch die kommen knallhart knallhart kommen die wieder hoch aber knallhart wie geht's ok hoffentlich ist es ein leichter der jetzt dran ist ach so richtig leben da oben kann ich jetzt ist die frau mein gott traue ich mich das ich glaube ich traue mich das nicht wenn ich da jetzt runterfalle und sterbe in der das ist nicht das ist richtig netz glaubte wohl nicht dass ich da jetzt so untergehen oder da gibt es in der weg jetzt what the fuck ich wollte eigentlich mal das zeug wussten ja einmal reingesprung war jetzt so viel schaden und das ist was neues weiß neuer was neuer was was ist das ich kann ich machen gerade nicht schon wieder so war es das hat mir doch mal eine späterin teil dass ich ein klon hat der elektro auf mich geballert macht ihr am schaden richtig cool der ist auch scheiße gehen ja ich bin ja also theoretisch wenn der so eine scheiße macht wer der super easy weiter bau das wäre ja super leicht wenn das so bleiben würde ok jetzt klasse da muss ich aber schaden nehmen ja na komm schon ja 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 bitte macht ihr die scheiße gerade eben das wäre witzig komm schon komm schon das wäre richtig geil habt ihr gesehen wie meine energieleiste da kurz durchgezogen wurde vor dem ding komm schon komm schon komm schon ich schieße da drauf bitte springen ja so dumm und macht nichts bitte 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 bleibt so bitte bitte das kann man so schaffen das kann man definitiv so schaffen und ich habe noch ein leben ich habe noch ein leben ok 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 komm schon komm schon komm schon ich bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt das schaffst du das schaffst du das schaffst du man den typisch heiße wenn du die ganze zeit kontinent drauf weil das nun nach schon und ich muss doch einfach wie die anders hast du dann nicht ich habe jetzt die angestrafte warum springt er jetzt über die ganze zeit ok leute was ist jetzt los was ist doch wo ist ja gut ist ja hallo aber ich glaube meine taktik funktioniert nicht wie gewollt nein ich habe keinen bock mehr kommt schon jetzt durchkommt jetzt 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 angepasst aber jetzt bin ich angepasst weil das hat sich in der tasche so weit fast so wer kam endlich hat man kommt schon jetzt machen jetzt mache ich das dinge durch fakt ist ja auch nicht raus zu springen das ist dann mal jetzt ein durch das hätte ich noch zu folgen kommen leck mich jetzt 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 bin ich echt jetzt bin ich jetzt bin ich bin nervt das hatte ich durch ich will nicht länger bleiben ich hatte das ding in der tasche leute mit scheißegal so weiter warum springst du mich rein warum springst du mich rein weiter wieso treffe ich das so nicht oh den kannst du diese kleinen dinge auch nicht kaputt machen ey so jetzt kommt dann wieder so eine sequenz wo ich elektronen raussehe ja das ist mir jetzt scheißegal ich sehe das jetzt richtig schnell durch video mal hier man das ding hatte ich sollte das ding hatte ich das regt mich gerade so auf ne ok alles klar völlig normal kann man machen so ist man sei hier junger man sei er ok los ja ja ist egal weiter runter runter ich bin jetzt in dem ein bisschen töten lassen war er ist jetzt eh scheißegal mit dem versuch willkommen runter hier schieb ich ab bitte schätzt dich nein jetzt wenn ich sterbe es trifft mich betrifft mich gar nix komm jetzt los hier wo bin ich wieso bin ich jetzt wieder hier wieso können wir das leben wieder nehmen war nicht schlecht ich meine eigentlich hätte ich jetzt erwartet bei dem boss zu sein aber das zielt wohl erst tatsächlich wenn man im bus rum selber war naja ich meine jetzt vor dem bus rum ihr wisst welchen raum ich meine klar klar zieht sich alles unnötig in die länge jetzt wenn ich jetzt unten gleich vom bus rum bin und ich werde mich jetzt auch absichtlich umbringen lassen so ich werde das gar nichts machen wir genießen jetzt die schau wie mich besiegt das ding halt abgeschnitten war schon wieder moment 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 was ich aber machen möchte vorher ist was ich vorher machen möchte ist die waffen zu wechseln so dankeschön käme ich mal bitte schnell dankeschön und jetzt welche musik ich will es in einer folge habe das lächerliche ist es ist mir egal ob das jetzt 21 minuten so was von alle hoffe ich mal dass ich das in einer folge sein kriege bitte jetzt los hier ab geht's ab geht's und bitte ja genau 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 warum nicht gleich so wieso kann das denn nicht gleich so sein wie ich das gerne hätte und dafür werde ich doch nicht im zweiten part rein schneiden also ich bitte euch das werde ich in einer folge abhandeln weil das so lächerlich ist danke ja wieder ist nichts zu sehen gut 100.000 punkte gut ja 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 ja